Hi, mein Name ist Clara Müller, ich bin Geschäftsführerin der SNS Datentechnik. Auch in diesem Jahr habe ich zum Girls Day 2024 Mädchen den Beruf der Fachinformatikerin gezeigt. Der diesjährige Girls Day bei SNS Datentechnik war ein weiterer großer Erfolg. Mit insgesamt sieben neugierigen Mädchen hatten wir sogar mehr Teilnehmerinnen als im Vorjahr. Der Tag begann mit einer herzlichen Begrüßung und einer Firmenführung, bei der die Mädchen einen Einblick in unsere Arbeitsbereiche und die Unternehmenskultur erhielten. Im nächsten Programmpunkt erhielten die Mädchen einen vertieften Einblick in den Beruf der Fachinformatikerin. Ich teilte interessante Einblicke in den Arbeitsalltag und die verschiedenen Aufgabenfelder dieses Berufs. Ein Highlight des Tages war zweifellos der praktische Teil, bei dem die Mädchen erste Programmiererfahrungen sammeln konnten. In Gruppen tauchten sie in die Welt des Programmierens ein und lösten spielerisch Aufgaben, die ihre Kreativität und Logisches Denken herausforderten. Es war beeindruckend zu beobachten, wie schnell sie Fortschritte machten und wie kreativ und unterschiedlich sie die gestellte Aufgabe lösten. Anschließend genossen wir gemeinsam ein leckeres Mittagessen, das nicht nur köstlich war, sondern auch für gute Laune sorgte. Besondere Gäste bereicherten unseren Girl-Star ebenfalls. André Evers führte die Mädchen in unsere S&S Abundsoftware ein und auch Programmierer teilten ihre Erfahrungen und Erkenntnisse über ihren Berufsweg. Am Ende des ereignisreichen Tages verabschieden sich die Mädchen voller Begeisterung und mit vielen neuen Eindrücken im Gepäck. Wir hatten sehr viel Spaß und sind auch schon gespannt darauf, wer uns im nächsten Jahr besuchen wird. Sowohl altbekannte als auch neue Gesichter sind herzlich bei uns willkommen. Ein herzliches Dankeschön geht außerdem an alle Beteiligten, die dazu beigetragen haben, dass der Girl-Star auch in diesem Jahr ein voller Erfolg wurde. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.